und damit herzlich willkommen hier bei let's gamer tv ja es ist soweit wir haben die 50 abonnenten erreicht ich bedanke mich auf jeden fall dafür dass ihr uns dafür unterstützt hat und wir haben 50 abonnenten ist vielleicht nicht für jeden ein großer schritt aber für uns schon und ja ich bin jetzt zwar gerade leider alleine weil die anderen weg sind aber trotzdem habe ich jetzt hier für euch einfach mal so in den letzten zwei drei stunden ein paar zähnen von uns rausgesucht die fand ich ein bisschen cool und lustig und konnte mich daran erinnern das einzige was ihr wissen sollte ist dass das nicht alle lustige zehn sind da ich jetzt wirklich zu faul war muss ich ganz ehrlich sagen und das alleine auf die beine stellen muss alle wirklich alle zehn rauszusuchen und ja das was ihr noch wissen solltet ist auf jeden fall das von ich habe einige szenen die nur von bestimmten personen vier leute und von zwei den krascher und den bc habe ich leider nichts gefunden das tut mir wirklich leid weil die keine eigenen let's place bisher gemacht haben ich hoffe es wird bald kommen beziehungsweise bc hatte das skyrim gemacht da habe ich aber leider nichts lustiges gefunden das tut mir leid aber trotzdem ich wünsche euch ganz viel spaß bei unseren alten und zehn und so weiter und ja ich hoffe es gefällt euch und rein leute mit hallo herzlich willkommen zu unserem ersten netz play minecraft mit bc26 hallo und crazy game hd und sehen und mehr im skit so er kommt heute mal kurz dein maul ja wenn ich noch was machen will du spaß hier alter jetzt kann ich stauben es geht schon um deine auswuchsweise verstehst du ja ich weiß nicht was ist los hier naja da kack mir ne du regst dich auf wenn ich so mit die rede ist euer haus auch nicht mehr lange da hä was kann ich hab mir das ist der lauf der dinge ja dann hau mal raus jetzt geh mal raus jetzt ich hab eins ach jungen okay jetzt ohne spaß da davon konnte ich jetzt nichts ja genau kommen wir jetzt für die musik video alles gut hallo ich bin bock dir die ganze zeit unten alleine zu schämen wie so ein obdachloser und wohl war und hier jetzt mal rein jungs so pp mal wieder doch er ist ja auch der kürt war er wenn er endlich war er in der er hat auch aridio kalt kalt wenn du jetzt den krieg bei es noch mal ist ich schlag dir die eier ab ich schlag sie dir so alter alter ich habe ich habe das Hausverbot verpiss dich verpiss dich ich dich auch Hilfe Hilfe, Karl, das hörte ich So, dann würde ich mal sagen Hau da rein, Leute! Bis zum nächsten Mal! Wenn es dann weiter geht's hier mit Minecraft und wenn es dann auch mal vielleicht noch der Krieg weiter geht's, was wir ja so schön geplant haben, weil ich finde es so geil war Ja, keine Ahnung Der Kerl Der Kerl Ja, wie war das hergekommen, du Vogel? Ja, wie ist das denn? Du Vogel, Polen Was soll ich denn das wissen, man? Ist das aus dem Tagebuch? Ja, Polen Da ist er ja Ja, genau Genau Nerf mir nicht, Junge Boah, ey, so ein Scheißkind, ey Wenn man mal deine Ruhe Und ein Nerf Na Oh, ich bin scheiße Wie? Komm, wir doch hat jetzt keiner gehört Kommst du? Warum bremst du den ab, du Spacken, Alter? Boah, gibt's den Katzenabauer? Weiß so, warte Spacken Bei uns Das ist doch geil, das kommt immer so Und jetzt sagt keiner was Weißt du, im Let's Play Weißt du, statt dass du drücken und nix sagst Wir kommen hier Bei uns 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 Wieder überdreht Ja, macht doch Spaß Ey, das Spiel müssen euch alle grob verhält Das ist so geil Ey, das macht so'n Gaudi Hahahaha Привет Oh, Alter Hört doch einmal auf immer reinzulabern Ey, was haben die für Probleme Oh, komm, Mann W- 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 Spacken Hier, renn dich dir rein, Alter H- 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 das läuft das ist auch genau ich hab meine ulti nicht komm mal sie holt die fick ich nicht so hart oh ulda ulda Scheiße Oh fuck ey Uldo Ich würde euch Alter sagen Oder irgendwas anderes Ich würde euch Ulda sagen Ulda Oh fuck Sorry, ich muss ein bisschen durchspielen Mach diesmal nicht, wird angeschlossen Scheiße Haha, der Tod ist so geil Hint mal weg, Gertür Alter, jetzt kommt die Band Fuck Scheiße, ich kann nicht mehr, Alter Dino Au Hint mal drauf Also es ist noch keine Ach, Scheiße Ey, Digga, lass, guck mal da Das ist diese Sauklaubsauger Du denk mal Loll Ey, ich hab, ich hab Lass los, doch Okay Hint mal Hint mal Hint mal der Röschel Hint mal hoch Hint mal hoch Hint mal hoch Hint mal hoch Der verfolgt mich Hint mal hoch Hint mal hoch Hint mal hoch Der verfolgt mich Oh scheiße Der verfolgt mich Der verfolgt mich Wo bist du? Komm mal aus der Hütte raus bitte Ich hab noch getraut Da ist er! Er ist drin Jo, er war so ein weißer Hälfte mit dem Faktum AHHHHHHHHHHHHH Wo bist du? Wo bist du? Komm mal da! Da ist er! Wo bist du? Wo bist du? Na nun! Der schreit Oh! Komm schnell zu dem Ding Ich lauf da rum Ich weiß ja nicht wo das Ding ist Ich weiß ja nicht wo das Ding ist Warum bist du denn? Nein, ich seh nicht Da muss ich so erschrecken machen Ich bin gefäll Ich kann fangen Was ist denn? Tschüss! Digita